Der einzige deutschsprachige Immobilieninvestment Kurs in Dubai wurde jetzt noch einmal komplett geupgradet und zwar nur für dich. Erfahre alles über den Dubai Immobilienmarkt, erfahre wie du richtig in Immobilien in Dubai investierst und erfahre das alles von mir, Daniel Garofoli, dem Nummer 1 Ansprechpartner für deutschsprachige Investoren hier in Dubai. Ich habe neun Jahre Dubai Immobilienmakler Erfahrung, bin inzwischen eigener Bauträger und habe über 1000 Immobilien hier erfolgreich an deutschsprachige Investoren in den letzten Jahren vermittelt. Was erwartet dich in diesem Immobilieninvestment Kurs? Wir haben in über 11 Kapiteln 130 Videos für dich aufbereitet und logisch angeordnet. Du erfährst alles über Immobilien in Dubai, wie sind die Gesetze hier, wie sind die Regelungen? Worauf musst du achten beim Immobilienkauf? Worauf musst du achten, wenn du mit Immobilienmaklern dealst? Und natürlich stelle ich dir meine Immobilieninvestment Strategie vor, die eben kleine Investment Immobilien in der B-Lage promotet. Zum anderen erfährst du bei uns im Immobilieninvestment Kurs alles über mich natürlich, über mein Team und über mein komplett deutschsprachiges Netzwerk. Das beinhaltet einen Steuerberater, das beinhaltet eine Anwältin, Firmengründung, Visum, Bankkonto eröffnen. All dieses gesamte Netzwerk kann ich dir deutschsprachig an die Hand geben. Diese Person lernst du alle in diesem Immobilieninvestment Kurs persönlich.